Wahre Größe Wenn das Leben dir auf die Finger haut, weil du mal wieder auf Sand gebaut, weil du aufs falsche Pferd gesetzt, das Leben dir einen Hieb versetzt, Entscheidungen triffst, die einen Weg dir zeigen, ob richtig oder falsche aus den Händen dir gleiten, Entscheidung getroffen und einzusehen, das Pferd war das Falsche und rückwärts zu gehen. Wahre Größe zeigt sich nur dann, wer einen Fehler zugeben kann. Vielen Dank.